Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, am 8. August feiern wir hier in Augsburg unser Hohes Friedensfest. Ein großartiges Fest, ein einzigartiges Fest, das es bundesweit nirgendwo gibt und sogar mit einem gesetzlichen Feiertag unterlegt ist. Wir erfüllen den Auftrag unserer Geschichte aus dem Jahr 1555 und dem Augsburger Religionsfrieden und übersetzen ihn in ein modernes Format. Es geht um das gute Miteinander in unserer Stadt, um eine vielkulturelle Stadt, um eine viel religiöse Stadt und um die Sicherstellung des sozialen Friedens. Kommen Sie und feiern Sie mit, zum Beispiel bei der Augsburger Friedenstafel am 8. August am Vormittag auf dem Augsburger Rathausplatz.